Bitte schreiben Sie sich ein, wenn Sie Interesse haben, vom 4. Mai bis zum 31. Juli. Reichen Sie Ihre Zeugnisse ein, Ihr Lebenslauf ein und insbesondere Ihr Motivationsschreiben. Wir nehmen zahlreiche Bewerberinnen und Bewerber direkt an aufgrund des Motivationsschreibens. Bei einigen wollen wir Sie näher kennenlernen und dann laden wir Sie zu einem Bewerbungsgespräch ein. Wir nehmen insgesamt, die absolute Obergrenze ist maximal 80 Bewerberinnen und Bewerber. Erklären Sie uns Ihren Lebenslauf, stellen Sie uns Ihre Schullaufbahn dar. Erklären Sie uns vor allen Dingen, warum Sie Psychologie studieren wollen in diesem Motivationsschreiben. Erklären Sie uns, was Sie über den BAP wissen, also fertigen Sie keine Zeichnung des Studienplans an, sondern erklären Sie uns einfach, was sind die Schwerpunkte im BAP, was wissen Sie darüber. Wir machen die Erfahrung, je besser man vorbereitet ist und weiß, worauf man sich einlässt, umso wahrscheinlicher ist es, dass man das auch erfolgreich zu Ende führt. Warum wollen Sie in Luxemburg studieren? Das wollen wir wissen. Warum nicht woanders? Warum hier? Was sind noch andere Argumente? Haben Sie Erfahrung mit Psychologie? Kennen Sie die Psychologen? Stammen Sie aus einer langen Psychologendynastie beispielsweise? Das wollen wir wissen. Das müssen Sie nicht. Das müssen Sie nicht. Natürlich nicht. Aber das ist wichtig. Das sind die Personen, die, und ich danke Ihnen herzlich, würde angesichts der fortgeschrittenen Zeit, ich habe zu viel gequatscht und Sie haben mich nicht unterbrochen, vorschlagen, dass wir uns sehr, sehr gerne gleich unten treffen. Ich möchte den Platz jetzt hier nicht blockieren, Sie wollen woanders hin. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.